Moin Leute und Herzlich Willkommen zu LA Bastards und Herzlich Willkommen zur zweiten Runde Drop Zone hier Star Wars Battlefront open beta knüppeln mal klein mal rein letzte Folge letzte Runde ging nicht so gut aber ganz schön verkackt ist aber jetzt keine ahnung was das so muss ja das will ich noch nicht so ganz so die kann mir zu 100 pro von ihr links oben oh nein und so weiter angriff scheiße 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 aber wie erwartet alter wie erwartet der bengel ich habe das ding eingenommen das ist noch mal nachhalten haltet es nachher und solche löscher würde ich nicht rein springen so bestimmt ran alter wie wohl also partners ball aber im wenigsten warum es wohl nicht genau was hier los das sind die lobbies und nicht mehr ausgefüllt okay mein partner ist auch gestorben scheiße wir haben das ding eingenommen los holz sehr gut sehr gut mal ein sniper kill machen ja das passiert so ein sniper kill macht auf jeden fall nicht one shot außer die sind schon angehittet ich bin gehittet Oh, ich werde beschossen mit dem Sniper, Alter. Ah, da war er. Scheiße, ich wüsste nicht schon wo. Come on, Boys. Da können wir uns noch ein paar Boost-Ups aufgaben. Ey, Mann. Das fand ich jetzt gar nicht nett. Schnell, Alter. Und dann krieg wir auch noch, mach, mach. Jawoll, nice. Oh nein, nein, nein. Ja, ich hab noch ein Assist bekommen, würde ich sagen. Die kommen wir von drüben, Alter. Hast du tot, Alter? Was? Oh, von hinten. Du Schnitzel. Wo hab ich denn das Ding geschwissen? Hat er keine Kraft, oder was? So. Was müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. schießen in der ecke ist gut oder lässt sich schon wieder eingenommen we're going to lose that escape pod to the imperials der hier hoch oder was woaa hehehe einfach drauf zu gerasht scheiße die haben den clay eingenommen verloren den haben wir verloren so ein bisschen gestern habe ich besser gespielt ok ich will auch mal einnehmen ja oh ich stirb ey jetzt war dieses links rechts gewusel geht mir auf den sack oh haha das ist ein nachteil wenn man bei seinen partners wohnten da mitten im gefecht ist ey naja macht das gut ja er macht das gut ich hatte gerade noch kein sniper können sollen wir ändern mit was sind wir oben ja ich habe ihn jetzt noch geholt ihihi ist mir scheißegal so come on ich will mal ein sniper kill machen also hier würde ich nicht reingehen sehr gut jawoll haha alter schlubbe die kennen die spawnenpunkte schon auswendig so so oh ja Ja? Na klar Boy Okay Ich schuld dich, Alter Fuck Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, müssen wir noch einen? Nein? Nein Ich wollte doch noch einen. Einen wollte ich noch. Ach, 14, 15. Ich hatte schon mal bessere Runden, aber... Das ist egal. Yo, Leute. Das war's auf jeden Fall für Runde 2. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.